Vorstellbar im Großbildschirm, dass sie zu sehen. Jetzt bin ich dran. Jo. Nach rechts. Achso. Ich... Ich dachte, ich... Das sah aus, als wäre das irgendein... so eine normale Person. Nein, das sind alles Polizisten jetzt hier. Wir sollen nur abhauen. Ich mach das Spiel spannend, okay? Ja, indem wir jetzt noch mal alles nach vorne machen müssen. Jetzt hier nach rechts. Stopp! Stopp! Gib ihn! Ich würde sagen, durch die offene Tür. Ja, wie lange? Wie lange? Achso, wie? Achso, wie? Achso, wie? Ich verstehe! Ich hab keine Ahnung, ich bin einfach gerade aus durch die Tür Versteck dich Leiderlachen So easy Kannst du durch das Fenster? Nein Da wieder raus? Folg dir einfach mal den Polizisten, vielleicht führt er dich raus Er weiß bestimmt den Weg raus Da durch die Tür Ja Moin Weiter Shit Ja ne ist klar Äh Ja laufest du mal in die Tür? Da mit mir in der Operation, ja Moin Nein, Tür zu Ja, ja, ich bin dabei Hier seh ich nichts Jetzt bist du wieder dran Jetzt bin ich dran Ja, bringt total Na los, lauf! Ach so, das ist die Sicht, ich dachte die ändert sich noch Du musst auch zuschlangen Vieregg Alles klar Ich bin Bruce Lee Okay, er ist Bruce Lee Ich kann nicht sprinten Ich kann nicht sprinten Oha Oha Ja, ich hab keine Ahnung wo, ach da. Ich spring runter eigentlich. Genau, ich spring runter. Spring, Forrest, spring! Jetzt dreh dich doch mal um. Los, läd deinen Lappen! Nenn mich nicht so! Lederlappen. Du hast aber ein kräftiges linkes Bein, Leder. Ja, finde ich auch. Alles klar, er geht aufs Ganze. Hä? Was? Geh rückwärts! Verschwende nicht jede Munition, vielleicht brauchen wir die noch. Unsere Waffen haben wir nicht dabei. Zurück! Zurück, hab ich gesagt. Fick! Fick! Bisschen-Shit-Door! Open! Nein, vier. Immer schießen, damit die ein bisschen zurückgehen. Die sind doch immer näher rangekommen. Ah, schaust du schon. Ich vertraue dir. Oh, ich bin schon fast am Ausgang. Das war so klar. Ja, 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 ich hab schon eine Idee. Ich seh den gelben Punkt. Ich bin schon fast am Ausgang. Gut, ich bin. Gut, ich bin. Gut, ich bin, Herr, 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 ... Ich bin Ihnen zwei Jahre altverlässig im Hospital des Stoßes. Ich weiß, ich weiß. Mein Kollege war fertig. Ich glaube, es sind die zwei Leute in der Schrift. Ja. Haben Sie sie überhaupt nicht gesehen? Nein. Sind sie gefährlich? Wenn Sie sie sehen, müssen Sie sich sicher bleiben. Bleiben Sie weg und schaue für einen von uns, okay? Wir machen es. Ich weiß, ob es noch mehr gibt, was ich tun kann. Klar. Wir werden jetzt nach dem Weg fahren. Wenn Sie sie sehen, wenn Sie etwas überrascht, dann können Sie uns wissen, okay? Natürlich, Officer. Danke. Bleiben Sie sicher, Frau. Geh jetzt ganz schnell raus. Das war so klar. Ich spring. Niemals. Ich warte beim Auto auf dich. Schieß auf das Schloss. Geht das? Das Auto. Alles klar. Ich denke, wie schnell ich bin. Hey Flash, was war das? Da ist er. Ich bin gleich da. Und ich bin da. Ich bin da. Boah, ich muss selber fahren. In die Fresse! In die Fresse! Keine Ahnung, was abgeht. Ich gebe übrigens immer noch Gas. Ich weiß nicht warum. Ich gehe mal weg vom Gas. Nicht, dass ich gleich plötzlich einfach vorbei fahre. Oh, du musst direkt drücken. Lauf, 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 lauf! Lauf, lauf, lauf! Ja! Ich habe das jetzt einfach mal gekocht. Genau! Kann man ja mal machen. Wie fährst du Auto? Hey, du beruhig dich doch mal. Außen bin ich gerade gar nicht gefahren. Wir sind doch in Korn, oder? Das ist doch die Hauptsache. Du sitzt doch am Steuer hier. Du wirst dich erwischen lassen. Oh, ich glaube, jetzt kriegen wir unser Flugzeug. Du bist ein guter Pilot, oder? Ja, ziemlich sicher. Komm schon, Mann. Du weißt, ich bin kein Fan der Heids. Nein, keine Angst. Emily ist ein guter Pilot. Sie war praktisch auf dem Flugzeug. Auch nach Mexiko! Lange Zeit ohne Sie, Vincent. Wie geht's? Gut. Hey, Leo. Nice to meet you. You too. So? You're a friend, I guess? Yeah. I hear you're a good Pilot. Well, I don't know about that, but thanks. Okay. Emily, does this thing fly? What, does it look like a fucking bike? Of course it flies. Where are we going? Mexico. Mexico? You gotta be kidding me. That's way too far. I'm not flying to Mexico. Emily, you know I always pay you good. If you wanna go to Mexico, you're gonna have to pay me way more than good. We'll pay you double. Just take us there. Double, huh? You good for that Vince? Yeah, yeah. Where are you going? What do you think? Mexico. 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 I would never do that. You know that. And I didn't say anything. They tried to get me to say something, but I didn't. Because that's not what I do. You know that. You know, you gotta trust me, Harvey. I promise. Please. Please. Let him go. Thank you. Thank you. Oh, God. You're doing the right thing, Harvey. You're good, Harvey. Good man. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. What are you thinking? We need more men. He's coming. Got it? Oye, Juan. Dime, Chef. Necesitamos más hombres. Ya, dale. Quantos? Todos? Pero que pasa? No preguntes tanto. Hácelo nomás. Oh, oh, wait. What? No. No, no! Schutzwesten. Alles klar. Hey. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Vincent. Wer ist das Emily wirklich? Don't even ask. Wir sind ja kurz am Ende, wenn wir schon, wenn wir jetzt auf dem Weg stehen sind. Kann sein. Ja. Ich hab übrigens ganz was im Hintergrund gesehen und da ist es, ich will sehen, ob es funktioniert. Was denkst du? Ist das ein guter Landspot? Lass mich sehen. Ja. Aber es wird ein langer Weg durch den Dens-Jungel sein. Das ist gut. Du könntest auch hier ein Parachute fahren. Das würde dich viel näher bringen. Ja, bitte. Nein, danke. Ich bin nicht gut mit Heiden. Was, was du willst. Wait, Emily. Do you have Parachute here? I do. Hell no, Vincent. Are you crazy? Do you know how much time that would save us? I don't care. I haven't even seen a Parachute before. It's not that hard. Just pull a cord. Right, Emily? Well, technically, you're right. Come on. What do you say? Okay. Also ganz ehrlich, da muss ich nicht überlegen. Alter, da müssen wir echt nicht überlegen. Komm schon, Fallschirm, Alter. Wie cool wär das denn? Oh, shit. Alright, alright. I mean... How hard can it be, right? Don't worry. You'll figure it out. Ah, schön. Hey, that's not even funny. And Leo hat auch noch Höhenangst. Ist doch gut. Dein Scheißlein ist in die Hosen. Oh, whatever. Just show me the basics. I got this. Good. Emily, I'll handle the fuel. Alright. Sorry, that's just, it's, it's, it's coming with us. Just get it on the plane, okay? Got it. So, äh... Ja, Benzin machen wir gleich. Äh, ja, hier ist das Logbuch. Here it is. I'll just give it to Emily. Alter, komm mal her. Alter, wir können hier spielen. Let's play. What do you got here? I don't know, a game or something. Alright. Yeah, let's play. I'll beat the shit out of you. Ich hab keine Ahnung. Ja, wie... Ach so, das ist doch... Ah. Yeah. Digga, das ist super schwer. Nice. Siehst du? Ich sag ja, super schwer. Ja, ja. Ne? Oh! 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 Äh, nein? Nein, ja. Ja, ja, ja. Nein. Jivey. So. Nein! Oh, ich bewege meine Figur nicht, aber er bewegt seine Hände. Ja, wahrscheinlich. Okay, Digga. Nein! Hallo? Jetzt geht doch da rüber! Ja! Ja, was? Hä? Ach, komm. Digga, bei mir, ich glaub bei mir spinnt das schon. Der geht durch mich ruhig. Ich seh's. Die ganze Zeit, ich hab's gesehen. Den höre ich in Revanche. Achso, du willst in Revanche? Ja, okay. Okay. Es kann doch nicht wahr sein, dass der durch mich durchgeht. Hä? Der geht nur durch dich durch, wenn du nicht springst. Du kannst ihn mit dem Strom treffen. Ich bin, ich bin doch gesprungen. Ein bisschen zu spät. Ja, den hast du, den hast du diesmal wirklich nicht bekommen. Nein? Ja, moin. Nein? Ich bin gut. Ich bin gut. Shit. Digga. Alter, warum bin ich plötzlich so schlecht? Wer ist doch nicht drüben? Hicke, willst du dich nicht verarschen? Ja, ich gewonnen. Was kann ich dafür? Glück hat nichts zu tun mit dem. Es hat alles zu tun mit dem. Okay, Bummmaschine brauchen wir nicht. Haben wir auch nicht. Haben wir schon alles gemacht. Ja, mal gucken. Vielleicht gibt's da hinten noch irgendwas. Kann man hier noch was machen. Oh, guck mal hier. Du kannst was trinken, da. Nein, nein, ja. Ja, Mann. Und... 1... 2... Du kannst was trinken, da. Ja, ich glaube, ich zobachte erstmal unseren schönen Grill. Ich glaube, wir schaffen das immer. Alles klar, Leute. Der Plan ist veröffentlicht. Unplug sie. Alter. Das ist echt anstrengend. Das ist genau so schlimm. Oh, ich bleppe. Ach, das ist so schlimm wie das scheiß Arm drücken. Nein. Bitte mach los, du bist dran. Leute, komm mal. Unplug die Führerlinie. Gibt's hier noch irgendwas? Ähm... Ja, hier können wir nochmal darten, aber das haben wir ja schon. Ich werfe einfach nochmal drei Würfe. So. Alter, das ist schwer. Nein! Egal, 95. Ist schwer, ne? Ah! Ah! Ich hab Bock mehr. Das ist schon mal das Logbuch. Da, wir müssen noch... das hier raus... Äh... Hä? Ah, okay, mach du das mal. Läuft! Wir müssen das erstmal ausmachen. Versuch mal. Ne? Ah, jetzt, okay. Entschuldigung. Ich will auch nochmal einen Schluck trinken. So, nach dem harten Training einen Schluck trinken. Er geht schon mal ins Flugzeug. Ich guck nochmal ganz schnell in den Kühlschrank, ob da was ist. Ne, ich hab grad gegessen. Achso, hast du die letzte Wurst gegessen? Oder was auch immer da war. Ähm... Dann geht's los. Ich bin bereit, zu gehen. Lass uns die Gäste öffnen. Oh. Komm mit raus. Wir haben vergessen, die Tore zu öffnen. Ja, bist du blöd. Okay, ich nehm die Seite. Du bist der Herrscher-Wallscher-Wallscher-Wallscher-Wallscher-Wallscher-Wallscher-Wallscher. Das ist schon ne schöne Aussicht. Komm an, Vincent, komm an! Ja, ja, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Los geht's. das gleiche mit der Voraussicht ja vom Hebelhaus das gleiche mit der Voraussicht ja das gleiche mit der Voraussicht ich glaub deine Platte hängt das meine Platte? deine Platte hängt das meine Platte? du kannst das meine Platte? Mexiko jetzt schnappen wir uns Harvey Mexico